Für Kinder ab drei Jahren gibt es jetzt einen echten John Deal. Trainiere dein Gleichgewicht auf dem Berg Bikey, dann lernst du später leichter Fahrrad fahren. Oder erlebe deine ersten Abenteuer im Freien auf dem Berg Triggy. Der allererste Pedal-Go-Kart ist ein Berg Buddy. Der Triggy und der Buddy sind mit dem einzigartigen BFR-System ausgestattet, mit dem du mit den Pedalen bremst und nach dem Stillstand sofort rückwärts treten kannst. Lenkrad und Sitz sind natürlich verstellbar, damit du viele Jahre an deinem Fahrzeug Freude hast. Bist du schon über fünf, dann ist einer unserer riesen Pedal-Go-Karts mit Traktorreifen genau das Richtige für dich. Diese coolen Gefährte gibt es mit und ohne Dreigangsschaltung. Weißt du schon, mit welchem John Deere Pedal-Go-Kart du deinem Vater auf dem Bauernhof helfen wirst? Besuche dann doch gleich einmal bergdeus.com